Finishing! Es wäre ja immer mehr hier vorne. Wir werden alle im Unterreich herumhängen müssen, wenn das hier schief geht. Kommt! Herr Taylor! Meine Fresse! Oh oh! Oh oh! Handschwitz! Hat dir deine Mutter je erzählt, was ich mit ihren Freunden machte? Sie getötet in nur einem Augenblick! Und deine Tochter, bist du stolz darauf? Im Tod sind wir verbunden! Du wirst dich uns anschließen! Und ich werde dir eine gescheite Erziehung zuteil werden lassen! Round 1! Fight! Die kämpft auch schnell! Sehr schön! Komm, Uschi! Oh! Das tut weh! Das sind 400 Dollar Träger! Das sind 400 Dollar Träger! Tjejejeje! Du hast ja gewaltt gut ausgedrückt! Was? Boing! Round 2! Fight! Boa! Scheitig im Ends! Boa! Schreibt die Mensa! Boa! 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 Aber nein danke Ich schulde dir was werde ich mir mehr Denkst du wirklich Worte können mich aufhalten eine gescheite Ohrfeige vielleicht Danke für die Hilfe jederzeit Beeilung Ladies Nein Nein Du willst zuerst sterben So sei es Ups Alter Der hat den X-Ray fertig Schnell Blatt machen Fuck Hohohoho Ich bin die Blut Den kriegst du wieder Pass auf Ich bin die Blut Ich bin die Blut Ich bin die Blut Ich bin die Blut Boing Boing Komm her Fuck the world Fuck Voll daneben geschossen Schade Das wäre ein schöner Finisher gewesen Du tötest niemanden Hilf Jackie Ich bin die Blut Ich bin die Blut Was Was Ihr zwei geht Jackie und ich regeln das Was Wir halten euch nur auf Vergiss es Verdammt Passt auf euch auf Wir sehen uns dann später Ich bin die Blut Ich bin die Blut Ich bin die Blut Bei den Göttern Bei den Göttern Ich bin die Blut Ich bin die Blut Ich bin die Blut Schöner Kombo Der werde ich ein paar Probleme haben Meine Güte Geht mir wieder auf den Sack alle Whatsapp Boing Schon nicht die Ante So x-play ist fertig Gleich gibt es einen auf die Schnauze So x-play ist fertig Das wäre zu schön gewesen jetzt gerade Du bist die Fliege Ich die Klatsche Ganz der Gesicht blau geschlagen Hey Spätzchen Ich bin ein bisschen alt für Spätzchen Nein Schnapp Shinnok Aber Ich liebe dich Ich liebe dich Dad Ach Der Abkömmling von Johnny Cage Passend dass ich die gesamte Familie ausrotte Wenn du ihn willst musst du erst an mir vorbei Oh der Windbrocken Oh der Windbrocken Oh der Windbrocken Ja so ist's besser Das erwartet jene, die mir trotzen. Ein qualvoller, exquisiter Tod. Verdammter Bastard! Die Kraft deines Vaters wird dich nicht retten. Das wirst du nicht unterlegen. Oh, schon viel besser, der Kampfstil. Sackgespalten. So, wie es sich gehört. So. Easy. So, gleich noch mal einer auf die Fresse. Fuck! Der X-Ray. Schande drum. Fuck it. Schau mal, der packt mich ein nach dem anderen. Ich kann mich gar nicht wehren. Was ist denn? Scheiße. Weg. Finale. Entmannst. Da ist nix mehr dran. Was hat er davon, die Erde zu beherrschen, wenn er keinen mehr hochkriegt? Scheiße. Scheiße. Ja! Aber volles Fund. Warst du das? Nett. Cassandra Cage. Bring mich. Ich bin den Jinsei. Was? Aber ihr, es wird euch töten. Muss gereinigt werden. Schnell! Was? Ich bin den Jinsei. Saginisch. Kasrani. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir ziehen uns zurück. Dieser Spaziergang. Kann es warten? Keine Spaziergänge. Swimmingpool. Cocktails. Abgemacht. Lebt er noch? Kaum. Ich helfe ihm. Hilf deinem Vater. Und ich dachte, bei deinem ersten Date müsste ich mir Sorgen machen. Angst, dass sich einen wie dich aufgabeln wird? Lustig. Schön. Rettet die Welt. Meine Arbeit ist getan. Los. Hier lang. Seht nach Shinnok und Devorah und holt den Sani. Das wird wieder. Hilfe ist auf dem Weg. Du hättest Cass sehen sollen. Hat mit Shinn ab dem Boden aufgewischt. Glaube ich gern. Und du hast ein Spitzenteam geformt, Johnny. Hörst du das, Cass? Sie sagte Johnny. Habe ich erwartet. Ja, meine Freunde. Das war's mit Let's Play Mortal Kombat X. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst ein paar Kommis. Liked schön. Wir sehen uns dann beim nächsten Projekt wieder. Alles klar. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.